Die Weltwirtschaft steht vor einer Zeitenwende. Asien ist dabei, die Vorherrschaft im globalen Wettbewerb zu übernehmen. Der Kontinent, auf dem über die Hälfte aller Menschen lebt, setzt sich als Technologie-Champion an die Spitze. Dennoch sind die Märkte und die Unternehmenskultur in Asien und insbesondere in Ostasien für viele Unternehmen nach wie vor eine große Unbekannte. Wer die asiatische Wirtschaft und deren Kapitalmärkte verstehen und große Chancen nutzen möchte, benötigt fundiertes Hintergrundwissen, welches nur für ausgewählte Kreise bestimmt ist. Prof. Dr. Karl Pilny lebte viele Jahre in Asien und verhalf europäischen Unternehmen zum erfolgreichen Eintritt in asiatische Märkte. Er gilt als einer der profundesten Asienkenner im deutschsprachigen Raum. Ich hatte das Glück, in den letzten 35 Jahren in Asien in vielfältigsten Regionen und Positionen eine große Vielfalt an Erfahrungen sammeln zu dürfen, die ich in meinen Büchern und Vorträgen weitergebe. Der Wirtschaftsanwalt aus Berlin ist auch in Zürich als Investment-Experte für Emerging Markets und als Unternehmer tätig und hat eine Professur für International Technology Transfer Management an der BBW Hochschule Berlin. Gerne wird er von diversen TV-Sendern als Experte zu Rate gezogen. Er ist Keynote-Speaker und Cross-Culture-Coach. Mithilfe einer faszinierenden Vortragsweise schafft er die Symbiose aus wirtschaftlichem und kulturgeschichtlichem, welches in dieser Form einzigartig ist. Als Autor schrieb er zahlreiche erschienene Sachbücher und Thriller. Mit seinem neuesten Werk, Asia 2030, Was der globalen Wirtschaft blüht, führt er uns in das Innere dieses neuen Wirtschaftswunders und zeigt, wer die neuen Mächte in Asien sind. Welche Allianzen und Rivalitäten gibt es? Welche Konflikte kommen auf uns zu? Wo entstehen neue Märkte? Was sind die langfristigen Megatrends in Sachen Handel und Konsum, Demografie und Urbanisierung? Pilnis Fazit? Es entsteht eine multipolare Welt, in der schon bald vier der fünf mächtigsten und reichsten Länder asiatische Länder sein werden. In naher Zukunft bietet Asien ungeheure Möglichkeiten für ihren Erfolg. Dafür benötigen sie umfangreiches Wissen, praxisnahe Prognosen, Kontakte, Erfahrungen und mitreißende Vorträge. Investieren sie jetzt in Asien. Und ich verrate ihnen, wie und wo.